Chris, weißt du, was ich gehört habe? Ja, bitte. Heute zweistellig. Deutschland! Deutschland! Und los geht's. Deutschland gegen Italien. Für viele ein Traumviertelfinale, da das ja leider halt kein Finale, Halbfinale werden kann. Dieses Jahr. Und ich sag Hallo Chris. Hallo. Und zweistellig geht gar nicht. Warum? Ich spiel mit Fünferkette. Italien. Vielleicht spiel ich aber auch mit sechs Stürmern. Nee, das hätte anders ausgesehen. Gerade beim Anstoß. Bist du dir da sicher? Ich weiß es nicht. Jo! Ist okay. War das Hühnerpelle? War das Hühnerpelle? Ich weiß es nicht. Das war sogar eine Pelle. Das war er sogar. Warum stehen deine Verteidiger so? Du warst mir gerade ein bisschen nervös. Warum? Wo stehen denn deine Verteidiger? Ja, die stehen halt rum. Göttlich, Boateng. Und da ist er Schweini. Und jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe mit dieser zweistelligen Geschichte. Achso, dann könnte man ja eigentlich holen. Warum spielst du denn mit Reus? Das ist nicht Reus. Ist das nicht Reus? Nein, das ist Schirrle. Der spielt. Gib mir nicht auf den Sack. André, Apfelschirle? Ja, ich habe gerade neben mir eine stehen. Deswegen spielt der. Das sind die Feelings. Wo ist der Draxler? Der ist nicht im Spiel. Also ja, der ist... Der ist raus, oder was? Befürchtest. Der ist halt nur in dem Euro-Ding drin. Wir können ja das Euro-Ding nicht spielen hier. Wir spielen auch gerade nur PES, weil halt Island weiter ist. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich sogar FIFA gespielt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Unterhaltsabendien sind in PES. Ja gut, aber was machst du denn? Weil PES ist schon die gute Wahl da. Ja, ne? Da ist keiner. Hummels! Turbozünden! Alter, das war der Command von vor fünf Minuten, ne? Dass ich da noch X gedrückt habe. Ja, Deutschland, Italien, Chris. Hast du das genau so kommen sehen? Ja. Tatsächlich. Ich hatte auch... in meinem Kick-Tipp-Spiel, wo ich mitspiele für die Europa-Fuck. Und Müller. Hat er sein Ehrentor endlich? Ja, der Müller, ey. Das ist quasi wie mein Lewandowski in Polen. Bei Polen vorhin. Der Müller kriegt einfach sein Scheiß-Tor nicht. Aber zurück zum Thema. Ich hatte echt auf Italien gegen Spanien getippt. Okay. Weil Spanien echt nicht so krass überzeugt hat in den Spielen davor. Man hat es ja auch gesehen, in Italien war ja auch einfach... Da hast du ja überlegen. War es du es nicht, der immer meinte, Spanien ist so dein Favorit auf Finale? Nein. Ich meine schon. Was ist das? Ich habe auch bei dem Spiel Italien-Spanien gesagt, dass es sehr eng wird. Und ich glaube, wenn Italien 1-0 führt, dass sie das gewinnen. Ich meinte aber... in der Gruppenphase noch. Also bevor es überhaupt losging quasi. Ja gut, da wusste ich aber auch noch nicht, dass Spanien eher so eine Mähgruppe... Ich habe ja immer gesagt, Spanien hat mich mega enttäuscht. Und nur weil man Spanien ist und 3-0 Türkei schlägt, heißt das noch lange nicht, dass man sich jetzt automatisch schon wieder fürs Finale qualifiziert. Super, super enttäuschend. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zur 60. oder 65. 70. habe ich abgeschalten, weil ich Spanien habe nicht mehr spielen sehen können. Das war auch fußballerisch alles mau, was sie da hingelegt haben. Da war ja gar nichts los. Die hatten glaube ich so 2-3 Chancen. Das ist so erbärmlich. Die hätten Bufongen dann richtig gut gehalten und dann war es das aber auch schon. Spanien hatte jetzt seine Jahre und jetzt ist es halt einfach wieder vorbei. Oh, und jetzt hat der Müller seine Jahre. Alter, jetzt geht's ja in Arzt. Der Müller hat seine Jahre. Traumtor Inc. Was ist denn verkehrt mit dem Mann? Junge, ich und Deutschland ist halt eine Einheit. Er macht einfach den Seidfalz hier. Er macht den Shaqiri. Er macht den Shaqiri aus 5 Metern. Boom. Und da ist halt dann der GG und muss hinter sich greifen. Ja, sagt dann einfach nur GG, Müller. Ja, Müller geht zu ihm und sagt GG. Boah, wie frech wäre das denn? Sehr witzig. Oh, da kommt der steile Ball. Aber mich kann man nicht schlagen, wenn ich die Deutschen spiele. Chris Ansage. Ich verliere nichts wahrständlich. Wo ist die Fünferkette, Chris? Da. Alter, das war scheiße. Warum? Ne, von mir war das scheiße. Achso. Einfach schlecht gespielt. Nicht falsch verstehen. Oh, fuck. Hier, ich spiele mit Poldi. Das war eigentlich meine große Überraschung. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, oh. Oh. Boah, ist das frech, wie er den noch mal... Oh mein Gott, Götze, du Flasche. Warum spielt der denn überhaupt? Bist du jetzt raus? Ja, zu Recht. Nein. Ich weiß nicht, was das gerade war. Schon wieder Pfosten. Heute ist echt mein Alu-Tag. Ich glaube, ich habe jetzt, weiß ich, sechs Stunden PES und FIFA gespielt heute. 18 Mal Alu. Mindestens. Es ist so abartig. Aber jetzt haben wir von den Italienern gehört. Was sagst du denn zur deutschen Mannschaft? Die deutsche Mannschaft hat gegen die Slowakei das gezeigt, was ich gerne von den Deutschen sehen würde, ehrlich gesagt. Also, ich war hellauf begeistert. Okay, hellauf begeistert, vielleicht ein bisschen zu viel. Man hätte nämlich auch locker 6-0 gewinnen können. Ja, gut, das ist richtig, aber die Chance. Aber, das ist alte Thema. Das, was ich gesehen habe, war gut. Das, was ich gesehen habe, reicht für Finale. Theoretisch schon, ja. Warum ist denn der da so alle, Alter, toll die Technikplitte. Gibt's nicht. Wie er da so ganz alleine steht, das habe ich gerade nicht verstanden. Ich auch nicht. Das macht meine Fünferkette. Fünferkette, Alter. Ach, das war okay. Ja, dann. Ach, aber auch nur Vorteil. Hat er quasi. Aber das nicht? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Damian. volle Kanne in die Mauer. die Italiener, ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, so wie aktuell Italien spielt und wenn Deutschland so spielt wie gegen Slowakei, wird Deutschland es diesmal schaffen. Ja, ich denke mal auch, dass die alle sagen, die haben ja kein Trauma, aber das ist schon nur immer gegen Italien, wenn du ausschaltest, immer gegen Italien, das ist schon relativ nervig. Das wird schon eine Rolle spielen, ja, und es wird nicht leicht. Ich sage ja auch nur leistungstechnisch, so wie die Italiener spielen und so wie die Deutschen spielen, kann man das diesmal schaffen. Natürlich, kann man, aber weiß gar nicht, wie das ist, ne? Ja. Wenn wir wieder rausfliegen jetzt gegen die Italiener, dann kann man auch einfach aufhören, Fußball zu gucken. Aber gut, kann man einfach den Messi machen und einfach mit Nationalmannschaftskarriere quitten. Rage quit. Rage quit Messi. Aber gut, das geht auf einer anderen Seite. So. Ja. werden, denke ich, trotzdem, ich denke, sie werden es dieses Jahr packen. Obwohl ich ja vorher nicht gesagt habe, dass Deutschland nicht Europameister wird, aber wenn sie es gegen Italien packen, dann werden die auch Europameister. Der Meinung bin ich nämlich auch, ja. Weil ich schätze, keine Ahnung, Island dann doch nicht so stark ein, dass sie die Deutschen schlagen können. Kaum. Frankreich hat ja schon gegen die, gegen Wien haben denke ich, gespielt. Wir warten jetzt. Irland. Irland. Genau. Genau. Die haben ja richtige Probleme. Und ich denke nicht, dass Griezmann einfach zweimal so einen Sahnetag erwischt, innerhalb von fünf Minuten zwei Tore zu schießen. Ja, das ist richtig. aber, oh, ja, sie ist klar. Götze mit dem Skopje kick. Ist okay. Götze mit dem Skopje kick. Ich habe Bock. Das ist bei Deutschland OP. Ja, aber nein, aber jetzt mal Spaß. Die Isländer werden denke ich mal ausschalten, aber das kommt gleich. Das ist ja dazu kommt noch ein Spiel. Kommt ihr noch ein Spiel. Aber, ja, Deutschland gewinnt und dann passiert doch wahrscheinlich das, was keiner gedacht hat, dass sie Europameister werden. Obwohl viele ja sagen, oh, Deutschland wird Europameister. Das ist doch von mir, bei mir vorhin am Anfang nicht so klar. Hier ist gar nichts klar. Ganz ehrlich, es kann Island immer noch Europameister werden. Oh. Oh, der Hector. Und, oh, da kommt der. Was? Oh, das macht er lecker. Oh, das macht er lecker. Damit hast du aber so nicht gerechnet. Das wolltest du nicht so. Ich wollte deinen Torwart umkurven doch. Das hat niemals, ey. Doch, ich wollte um ihn rumlaufen. Da kam ich ins Bild, da bist du schon, hast du dir so weit vorgelegt, ey. Ja, dann tritt er daneben. Warum grätscht er denn nicht? Oh, Neuer, du Idiot. Neuer mit einer Grätschung hättest es nicht kommen sehen. Ja, wenn er gegrätschierte. Weil er so spät im Bild erst erschienen ist. Das ist natürlich bitter, jetzt steht es hier 2-1. Das könnte gerade ein sehr realistisches Ergebnis sein. Es spielen auf jeden Fall die beiden Torhüter, die noch keinen kassiert haben. Warum? Oder? Italien hat verloren gegen Irland. Ach ja, stimmt. Gigi hat ja kassiert. Ne, wen meinte ich dann? Deutschland ist die einzige Gemeinschaft ohne Gegentor. Echt? Ist das? Ja, stimmt. Ja. Stimmt, da war ja das Irland das dritte Spiel. Stimmt. Never mind. Oh ne, nicht ernsthaft. Oh, das ist ein Rückpass. Das ist an sich ist das ein Rückpass, aber es ist auch an sich eine geile Grätsche. An sich ist das richtig, aber an sich ist es aber auch echt. Ist okay. Ja, ist okay jetzt. Italiener gehen schon wieder. Okay, oh, okay. Boateng ein bisschen aggressiv. Hallo, ich möchte gerne meinen Schützen wechseln. Geht das nicht oder was? Geht das wieder los? Okay, Kandrew hat genau, ich könnte. Drei. Warum hat man denn auch eine Zeitangabe bei einem Freistoß? Ja, hier kriegst du ihn wieder. Ach, Quatsch. Sehr gut. GG vor seinem Tor, das ist das in meinem Leben. Naja, hätte ja sein können. Dass der alte Mann ein bisschen länger braucht. Ja, wenn der ein bisschen fester gewesen wäre, wäre es nicht unmöglich gewesen. ist Damian. Ich denke nicht. Was regte sich denn auf? Au. Erst mal ein eigener Mann abgeschossen. Sehr süßlich aufregend. Sehr stark von Kareva. Und es war wieder Hummels. Das war wieder Hummels und das ist schlecht. Obwohl so. Ja, aber ich glaube, das wird richtig krass. Das wird auch ziemlich spannend, glaube ich. Das wird richtig böse. Ich werde das auch einfach auf dem Festival mit 40.000 Menschen gucken vor der Leinwand. Ja, ja, klar. es war 2010 auch Deutschland gegen Argentinien. Oh mein Gott! Das macht der Weltklasse. Das macht der Weltklasse. Jeder. Der Meister. Der Meister mal wieder. 2010, als wir die Argentinien abgeschossen haben, waren wir mitten im Circle Pit von Niera. Das war so unfassbar fett, weil einfach die Leinwand halt auf der einen Seite war und die Bühne auf der anderen. Das war so cool. Das war ein sehr unvergessener Moment. Und dann haben wir die einfach während des Pits zerschossen, die Argentinien. Mal sehen, ob wir die Italiener zerstören. Wäre ein Moment für die Ewigkeit. Und so was macht man mit 40.000 Menschen schon ganz gerne. Ja, das glaube ich. Das ist bestimmt sehr gut. Ja, ich werde mir, ich werde dieses Jahr wieder auf kein Public Viewing Dingsbums gehen. Gut, das ist ne. Weil ich habe da schlechte Erfahrungen. Immer wenn ich da war, wenn wir in Deutschland gespielt haben, sind sie rausgeflogen. 2014 war ich auf kein Public Viewing, wurden sie Weltmeister. Das heißt, ich gucke zu Hause. Das ist eigentlich interessant. Jedes Mal, wenn ich bei Public Viewing war, also, wenn ich es halt irgendwie mit einer etwas größeren Masse Menschen geguckt habe, dann sind wir weitergekommen. Unter anderem, und jetzt kommt der Witz, 2006 gegen Argentinien. Ja, sehr geil. Ich habe irgendwie so ein Händchen mit den Argentinien und Public Viewing. Und, und dann sind wir ja auch noch gegen die Weltmeister geworden. Das fällt mir jetzt erst mal auf, was für eine geniale Geschichte das eigentlich ist. Ja gut, dann guckst du ja jetzt nur noch Public Viewing, ich gucke nur noch zu Hause und dann ist da schon wieder Europa-Mass. Das Problem ist nur, dass Argentinien nicht in Europa ist. Ja, aber das ist ja, das ist ja übergreifend. Wie geil, jedes Mal gegen Argentinien war irgendein besonderes Ereignis. Witzig. Gut, von der Nacht 2006 gegen Argentinien kann ich euch jetzt nicht erzählen, aber rückblickend betrachtet für mich interessante Studie. Und wir gehen in die Verlängerung. Wir gehen echt in die Verlängerung? Unfassbar. So viel gelabert, ich habe gerade gedacht, das ist Halbzeit, ey. Ah, göttlich. Ja, da geht das echt. Meinst du, das geht in die Verlängerung? Nein. Glaube ich nicht. Nee, oder? Im Übrigen möchte ich nur anmerken, ich spiele mit vier Stürmern. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass du mit vier Stürmern spielst. Es ist anstrengend langsam. Ich meine, der kriegt jetzt erstmal rot. Der wird verwarnt, mehr nicht. Charari. Und Counter-Attack. Counter-Attack. Über Götze. Über Götze. Lauf Götze. Das ist ein Satz neuer. Gigi. Echt so. Müller. Sieht doch da in der Mitte. Schürrle. Das darf doch nicht wahr sein. Schlechteser Schürrle. Oh mein Gott. Einfach nur, welch klasse dieser Gigi ey. Das natürlich auch, aber... Götze. Pausen-Restzeit. Ich habe doch gar nicht. Aber ich. Oh, das spielt dann freiwillig ins Auslander wechseln will. Ja, was soll ich machen, wenn... Schürrle. Ich verletze sie. Ach so, der ist jetzt wirklich verletzt. Ja, der ist schon drauf. Er ist verletzt. Das Problem ist, wen bringe ich denn dafür? Ähm, ja. Machen wir mal so. Und Pelle war irgendwie eher so mau. Machen wir mal so. Du gehst jetzt mal von deinen fünf Stürmern weg, oder wie sieht das aus? Ich bringe noch mehr. Von mir aus auch das. Nee, natürlich nicht, Alter. Nee, das ist doch unterhaltsam. Ja, jetzt muss ich aber meine Ehre schon verteidigen, ne? Ach ja, du wolltest ja noch... Jetzt, wo ich sehe. Was ist denn mit dem Mesut? Ja! Mesut ist ein Lappen. Ja, danke. Endlich sagt es mal jemand. Ich verstehe das auch gar nicht. Ich verstehe den Typen nicht. Wie kann man für Arsenal so eine gute Saison spielen und dann einfach eben... Kommt, streckt das deutsche Trikot über, da wird er einfach zum größten Lappen dieser Welt. Oh. So, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie Löwe ihn noch spielen lassen kann. Tut mir leid, aber... Never change a winning team. Sorry, aber nee. Hat er ja... Die Ironie ist, dass das funktioniert. Denn nach dem 0-0 hat Löwe was geändert. Ja. Merkst du was? Ja, das Problem ist aber, dass Lüßig aber auch da wieder drin steht. Und er trägt nichts zum Spiel bei. Verschießt elf Meter. Und jeder passt, den der gespielt hat in die Tiefe des... Den ersten seit Uli Hoeneß, mein Junge. Oh, ist das... Oh, klasse! Hauptsache, alle mit ihren Tricks Pfeil rückziehen und Seidfalls zieren. Was ist los, Mann? Götze. Mach den doch mal sicher. Ja, aber ich bringe den Mesut jetzt, weil der ist halt frisch. Und was anderes habe ich auf der Bank nicht, weil Reus darf ich ja nicht bringen. Ernsthaft? Ja. Okay. Heult doch wieder jeder rum, ey. Ja, aber... Weißt du, mich stört halt... Ich kann das ja... Ich bin halt kein Fan von dem Typen. So. Erstmal das. Ich weiß, dass sehen andere anders. Sie sagen, ja, das ist ein super Fußballer. Das kann ja auch gut sein, aber... Naja, jedes Mal... Gefühlt, wenn er einen Ball in die Spitze spielt... Wenn der Ball jedes Mal... Ich kann ja nur von dem reden, was ich jetzt... Nee! Ja! Hauptsache wieder Pfosten! Alleine jetzt in den drei Spielen! Fünfmal Pfosten oder so. Ja, das kommt so gleich. Ja, ne? Ja. So. Ich meine, der macht das Spiel jedes Mal langsam, weil er immer... Seine Dribblings auf einmal... Anstatt Richtung Tor einfach immer so quer macht. Das nennt sich, glaube ich, horizontal, ne? Ja, horizontal. Nicht vertikal, genau. Ich glaube, das ist so richtig. Oder andersrum. Wie auch immer. Er spielt ja auf jeden Fall... Und wenn er sie in den Schnittstellen spielt, dann kommen die nie an. Ich weiß nicht, bei Arsene klappt das alles wunderbar. Ja. Wenn er irgendwie Sanchez oder Walcott oder was weiß ich wen bedient. Ich kann Özil halt auch in der nationalen Mannschaft einfach nicht spielen sehen. Also macht mir einfach keine Freude. Das Problem ist aber auch, er kann sich ja gefühlt alles erlauben. Und Löf ist einfach scheißegal. Gefühlt. So weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Jetzt muss ich hier nochmal ein Tor schießen. Alter, bitte keinen Elfer schießen. Ich bin da schon eh mal. Boah! Was? Wovon, genau. Was ein... Was ein Biest. Groß! Boah! Was? Der ist doch durchs Netz, Alter! Die Kickers! Das war der Teufelsdreier! Der hat den übelst geil übers Tor gedenkt. Zieh dir das mal rein. Oh, ist doch krank, ey! Gebt ihr das? Alter, mit der Spingerspitze gefühlt. Nur so mit dem Zeigefinger. Wupp! Handkantenschlag. Ja, schöner Mittelhandbruch. Ja, aber echt! Den Italienern läuft die Zeit davon! Und die Deutschen haben... Absatz. Scheiße. Nochmal Bock, hätte ich fast gesagt. Oh, Hauptsache Müller 3er-Pack und Deutschland im Halbfinale. Weltklasse. Oh, oh. Also Jan, 3-2 wird's nicht. Dafür sind beide Teams... ...defensiv zu stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist... Oh mein... Dieser Bufon ist ein Biest! Das ist unglaublich! Wie kann ich drei Tore gegen die geschossen haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mal meine Fünfer-Kett bitte. Toni, groß nochmal. Ne, das war's. Das war's! Er pfetzt direkt ab? Oh, das ist ja frech. Äh, naja, es war schon eine Minute Nachspielzeit. Aber er hatte keine angezeigt. Er hatte keine angezeigt. Alter, 23 zu neun Schüsse. Sagt alles, oder? Sagt alles über Bufon, ey. Hier, zwölf Paraden, neuer 3. Aber Bufon nur eine 6,5 ist okay. Ja, hat ja auch drei Tore kassiert, ne? Ist immer noch der beste Mann. Also, von dir theoretisch. Ja. Unfassbar! Deutschland kommt weiter, ich sage mit einem ganz trockenen 1-0. Ich sag, das wird ein... Boah. Ich glaube, ich wage jetzt mal was. Das wird jetzt ein richtiges, schönes, glattes 3-0. Was? Ich hab da ein richtig gutes Gefühl. Alter, der Kritz ist beschern... Betrugt. Ne, ein bisschen on fire. Kritz ist on fire 3-0 für Deutschland. Wow. Darf gerne so kommen. Feiert ordentlich mit. Wupp, wupp. Und wir sehen uns zum letzten Viertelfinanderspiel wieder, auf das ich mich sehr freue. Tschüss. Ich mich auch. Tschüss.